Nick Dunn, Sie sind im Moment wahrscheinlich der meistgehasste Mann Amerikas. Haben Sie Ihre Frau umgebracht, Nick? Alle haben uns immer und immer wieder gesagt, die Ehe ist harte Arbeit. Nicht für mich und Nick. Wie Sie alle wissen, ist meine Frau, Amy Elliot Dunn, vor drei Tagen verschwunden. Ich habe nichts mit dem Verschwinden meiner Frau zu tun. Ich habe nichts zu verbergen. Hat Amy Freunde, die wir befragen können? Nein, eigentlich nicht. Sie wissen nicht, ob sie Freunde hat. Sie wissen nicht, was sie den ganzen Tag so macht. Sie wissen nicht, welche Blutgruppe ihre Frau hat. Er ist ein netter Kerl. Alle können sich hier selbst davon überzeugen. Mann, du kannst ihn wirklich nicht leiden, oder? Ich bemühe mich doch nur, freundlich zu sein zu den Leuten, die freiwillig mithelfen, Amy zu suchen. Ich werde üben, so zu tun, als würde mein Mann mich lieben. Aber vielleicht irre ich mich. Haben Sie den mit der Brille schon mal gesehen? Amy ist der Typ Frau, die Bewunderer anzieht. Wer immer sie hat, wird sie wieder loswerden wollen. Ich hoffe, sie kann mir sagen, was das ist. Wollen Sie mit Amy auf Schatz suchen? Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Ja, an die erinnere ich mich. Ich kenne sie. Sie waren Freiwilliger bei der Suchaktion. Ich wollte nur helfen. Was wollte sie? Sie wollte eine Waffe. Wir sind alle in Sorge, aber wir haben einander. Ich fühle mich wie etwas, das man wegwirft, wenn man es nicht mehr braucht. Ich fürchte, es geht mich bald nicht mehr. Das Typische für den Soziopathen ist der Mangel am Mitleid. Amy hat hier viel Blut verloren und jemand hat es aufgewischt. Wer wischt das Blut auf, wenn man ein Verbrechen vortäuschen will? Was immer Sie gefunden haben, es ist offenbar extrem belastend. Mir ist jetzt endlich klar geworden, ich habe Angst vor meinem eigenen Mann. Ich couche Sie, wie für eine eidesstattliche Aussage, was Sie sagen dürfen und was nicht. Ein dressierter Affe also. Ein dressierter Affe, der der Hinrichtung entgeht. Die wird dich auseinandernehmen. Sie haben sie geschlagen? Ist es nicht gut genug für mich? Geschlagen? Es ist die Hölle! Definitiv nicht, nein. Ich habe sie nicht angerührt. Wir glauben inzwischen, dass Nick schuld ist am Verschwinden unserer Tochter. Ohne Leiche, ohne Mordwaffe können die nur hoffen, dass sie ein Geständnis ablegen. Weiß jemand schon genaueres? Sei endlich ehrlich zu mir. Wie war eure Ehe, Nick? Fragst du, ob ich meine Frau umgebracht habe? Mein Traummann. Dieser Mann könnte mich umbringen. Und was ist mit meiner Sicht? Dieser Mann könnte mich umbringen. Ihre eigenen Worte. Dieser Mann könnte mich tatsächlich umbringen. Kennst du das Sprichwort, die einfachste Antwort ist meistens die richtige? Ja, ja. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es stimmt. So kannst du nicht weitermachen. Wieso? Ist das nicht gut genug für dich? Es ist die Hölle! He may be the reason I survive The one...